wir können ziege kaufen das war es dann aber auch einwohner von starletown der wintermarkt beginnt morgen und dauert drei tage um 17 vom 17 wintertag bis zum 21 leistungs doch ab 13 uhr bis spät in die nacht am strandgesellschaft es gibt ledenspiele und die beste winter weihnacht winter feierlichkeiten euer bürgermeister schön ja freue ich mich heißt ich kann wieder ein paar punkte verdienen für die stadt was der augenblick ein bisschen schwer läuft für mich gerade die konfitüre wir haben bestimmt noch nie auf wir holen uns jetzt erstmal genau das hier das hier heute brauchen wir eine schere heute brauchen wir eine schere schere ich muss die ganzen folgen gleich noch rendern und das schlimme ich muss jetzt gleich noch vorlaut aufnehmen auch noch ein paar folgen das wird ein bisschen eng heute aber das macht nichts brauchst du eigentlich nur rändern und dann ein planen das geht schon Gut. 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 Das geht schon. Das geht schon gut. Oh, ja. Es hört sich ein bisschen komisch an. Es hol... Ah ja, gut. Da haben wir zwei. Ah, Moment. Nee, 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 nee. Sorry, Tierchen, wenn ich euch nochmal störe. Aber wenn nachher zwei, eine Ziege. Mehr kann ich mir gar nicht leisten. Mehr kann ich mir gar nicht leisten. Bin ein armer Bauer. Ich bin ein mega armer Bauer. Wenn ich an meinem alten Spielstand noch sehe, wie viel Kohle der noch online hat, gut, aber das wollen wir ja nicht, weil es der vorige Spielstand da war es noch ein bisschen, haben wir ja schon vorgespielt und so. Das will ich natürlich dann nicht. So. Äh, hallo? So, ähm. Mann, mach ein Ei. Mach doch ein Ei. Sei doch kein Schwein. Großer Käse ist cool. Dann tun wir den kleinen, äh, den kleinen Käse. Die kleine Milch hier. Ähm. Jo, lass mal eben Richtung, äh, dem da oben. Die da oben! Ne. Äh. Ich hoffe, der hat auf. Open. Sehr gut. Dann holen wir uns eine Ziege. Weil die kann ich dann auch melken. Melken. Ähm. Tier. Ähm. Ziege. Was? Ah, die brauchen Stufe 2. Mh. Der auch. Ah, okay. Das ist ärgerlich. Ja gut, pass auf. Dann machen wir es anders. Ach, das hätte ich jetzt... Ja gut. Das hätte ich jetzt echt nicht auf dem Schirm. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Dann kaufen wir uns noch ein paar Tier... Die Tierchen und dann... Wenn wir nachher dann aus... Ausgebaut haben, äh... Dann ist es doch schön. Wir holen uns noch eine Ente. Egal. So. Haben wir jetzt mal die Kohle ausgegeben... Aber ist so. Einkaufen. Was kostet denn hier so ein... Ich war gerade so froh. Ich hab mich gerade so gefreut. So, was passiert denn, wenn ich jetzt... Das Ding hier... Ach, kann ich gar nicht draußen platzieren. Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann es draußen platzieren. Ich dachte jetzt wirklich, ich kann es auch draußen platzieren. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Gießkanne haben wir wieder vergessen. Shit. Wollte ich auch noch gemacht haben. Ja, kommt noch. Kommt noch. Die hatten wir schon. Okay. Warum hab ich denn jetzt braune Enten? Warum hab ich denn jetzt braune Enten? Und eine weiße? Sind die besser? Oder werden die nachher weiß? Bin die gefärbt? Fragen über Fragen. So. Ähm... Herstellung. Einmal das. Einmal das. Bäm, 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 bäm. Rainer. Bäm, 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 bäm. Rainer. Bäm, 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 bäm. Rainer. so aus wolle kann man eine webstuhl hier pilzblock prozip mit der zeitpilze produziert mit der zeitpilze ja okay so kacki haben wir gemacht also hier kompost meine ich natürlich mit kacki so dann gehen wir noch mal eine runde tauchen ja mach mal das marken wir das marken wir damit war nämlich weiter kommen sonst kommen wir gar nicht in die nächste etappe 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 ja da in den nächsten neuen bereich rein da müssen wir nämlich erst alles gefunden haben schon schlau schon schlau oder das ding habe ich glaube ich noch nicht aha dornenkronen was auch immer ja 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 auch jemand sagen können. Das Folgen zwar geiles, aber man auch die Sachen alle. Ja, hätte mir eigentlich klar sein müssen. Naja, ist egal. Ist ja nicht so schlimm. Zu Not geht's mit den Strümpf. Zu Not geht's mit den Strümpf. La 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 la. Wo geh ich denn jetzt hier lang? Kann mir meiner sagen. Bin ein bisschen weit weg, glaube ich, jetzt. So. Aha. Sektivator 1. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben hier. Jetzt meckert der gleich wieder, der Alte. Meinen würde er eh tun, aber. Nicht mehr als nötig. Ah. Wieso muss denn der mal in die Richtung gehen, wo ich gerade nicht dran bin? Achso, da. 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 Sag mir nicht, der ist irgendwo da hängen geblieben. Natürlich ist der irgendwo da hängen geblieben. Klar, was frage ich eigentlich? Für eine blöde Frage von mir gerade. Was ist das? Okay, dann wäre das da. Ja, so. Bergbaukenntnis, Fangkenntnisse. Da hat er auch geschüsselt. Wir essen auch das hier. Okay. Ah gut, dann nicht. So, das habe ich nämlich übersehen gehabt. So, dann müssen wir nämlich noch das Ding hier wegmachen. Äh, das eine da. Und dann kommen wir nämlich erst weiter. So. So. Ich habe leisen Verdacht, dass wir hier die Dinger nicht finden. Weiß auch nicht, wie ich da draufkomme jetzt gerade. Gefangen. Gefangen. Ähm. Hm. Dann wird das Ding bestimmt irgendwo hier sein. Natürlich, 18 Uhr jetzt. Okay. Aha. Äh. Achso. Ich dachte erst. War ja klar. Warum auch nicht. Das ist auch noch. Okay. Ah, da auch noch. Natürlich, ich buddel jetzt hier weiter und der macht so ein... Ah-ha, okay. Sehr gut. Aha. Ein Drache? Ein Drache? Ein Drachelein? Ein Drache? Wow, 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 ein Drache? Äh, oder? Ja doch, Drache, oder? Aber sieht lieb aus. Sieht lieb aus. Wie schön. Das heißt nämlich, warte mal, dann können wir eigentlich, eigentlich, eigentlich. Bis hier hinten wieder hin? Wow. Oder? Komm mal. Äh, ja. Warte mal, die Dinger will ich hier mitnehmen. Das will ich ja nicht hier lassen. Das will ich ja nicht hier lassen, das gute Zeug. Piep, 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 piep. Bin doch auf dem richtigen Weg, oder wo bin ich? Sei doch nicht auf dem Holzweg. Blaue Auster. So, dann geht's nämlich hier lang. Und jetzt müsst ihr auch durchkommen. Tada. Und jetzt haben wir nämlich auch diese lilanen, äh... Nein, mein Inventar ist wohl. Oh, Steine kann ich wegschmeißen. Gott sei Dank. Steine ma auch kein Mensch. So. Was ist hier? Tauchen wir hinten, jo. So. Überhaupt nicht nervig, Gott sei Dank. Die, 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 die... So, Schrott da rein. Das ist... Achso, Quatsch. Müll und Schrott. Das ist eigentlich... Ich unterscheide das nicht. Ähm... Holz da rein. Stein hab ich weggeschmissen. Zum Glück, Glück, Glück. Zum Glück, Glück, Glück. So. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm. Ähm... Hab ich noch nicht gespendet? Hab ich auch noch nicht gespendet? Hab ich auch noch nicht gespendet? Das brauchen wir nicht. Das kann man essen. Äh... Kann man auch essen? Dann alles muss gespendet werden, das andere Zeus. Machen wir. Aber ein anderes Mal. So. Oder machen wir das eben... Wir machen das eben noch schnell. Schnell. Ganz. Ganz schnell. Vielleicht sind wir ja auch schnell. Museum. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Weißt du, was ich meine? Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Und, äh... Weil, dann würde ich jetzt gleich, äh, in, in, äh, Aufnahmepause gehen. Beziehungsweise nämlich dann, äh, anfangen... Bidu! Achso, das kann man gar nicht spenden, ne? Okay. Dann würde ich nämlich anfangen... Kürbisse! Ähm... Fallout, äh, New Vegas gleich noch aufzunehmen. Das ist mir aufgefallen, dass ich mich am Freitag schon... Also... Wenn die Folge kommt... Das ist ein bisschen her, dann war es der... Der 19. Ist dann nämlich auch schon eine Folge ausgefallen. Das, äh... Gefällt mir gar nicht so. Die könnte ich hier rein... Breschen. Bringt aber nichts. Uh. Käng fest. Schauen wir hier. Jupp! Haben wir mitgekriegt. Pababababababababam! Pabababababababam! Pabababababababamm! Zack, 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 zack! Ach doch, manchmal auch. Mollchenpins, komm rein! So, und dann würde ich jetzt... Genau. Und dann haben wir nämlich auch das Fest auch schon vor der Tür stehen. Gehen Sie mit. Oh, das ist aber ein bisschen was an Kohle. Bis zur nächsten Folge. Ciao.